Zwiebelkuchen Schritt für Schritt. Ja, dann kommt mal mit. Beginnen werden wir mit den Vollbreitbrötchen oder Baguettes. Ihr könnt auf das Rezept wieder klicken. Hier seht ihr auch dann quasi, manchmal kommt es auch jetzt hier, dann steht dann, das Rezept wurde aktualisiert. Das ist der Vorteil, wenn ihr das laufende Cookie-Doo-Abo halt auch habt, werden alle Rezepte auch immer auf den neuesten Stand gebracht. Da seht ihr auch, was alles vielleicht relevant sein könnte für euch. Auf der linken Seite seht ihr die ganzen Zutaten. Auf der rechten Seite, wie es gemacht wird. Braucht ihr es aber nicht wirklich durchzulesen, weil das kommt ja in jedem Schritt mit dazu. Natürlich die Nährwerte, Energiewerte, Eiweiß und so weiter. Notwendiges Zubehör ist noch mit dabei und auch Tipps und Tricks. Ja, starten. Backofen vorheizen. Je nachdem, was ihr benutzt, könnt ihr den Backofen auch vorheizen. Ich gebe es meistens immer in den kalten Backofen, damit die Hefe noch ein bisschen mehr Zeit hat zu arbeiten. So, mit Backpapier, seht ihr, ihr seht auch wirklich jeden Schritt, das Backpapier oder eine Baguetteform mit Backpapier auslegen. Da ist es nochmal, seht ihr den Tipp. Und wenn ihr zwischendurch wieder auf den Tipp gehen möchtet, könnt ihr oben diese drei Punkte anschauen, anklicken und dann geht ihr auf Rezeptinformationen und könnt dann hier gucken, was für Tipps und Tricks oder sonstiges halt ist. Fortfahren, geht ihr genau an der Stelle wieder weiter, wo das Rezept halt ist. So, 100 Gramm Weizen oder Dinkelkörner oder sonstige Körner in den Mixtopf geben. Die Waage ist direkt schon angeschaltet und ihr seht auch hier, dass euer Thermomix in 1 Gramm Schritten auch liegt. Viel genauer als die Vorgängerthermonizze. So, 2 Gramm noch. Wenn ihr ein bisschen zu viel drin habt, könnt ihr es entweder entnehmen, dann würdet ihr auch wieder zurückrechnen. Ich zeige es mal gerade, wenn ich das entnehme. Seht ihr, dann würde das auch wieder zurückrechnen. Dann geht ihr weiter, Deckel drauf, weiter. Alles ist, wie gesagt, wieder eingestellt. Hier steht Wähler auf 10 drehen. Das ist euer Wähler und hier seht ihr auch, die Linie ist komplett grün bis oben hin. Auch nochmal als sichtbares Zeichen, wohin ihr müsst. Einfach nur drehen. Ich gebe persönlich die letzten 10 Sekunden noch ganz gerne ein Stückchen Knoblauch oder auch Möhrenstücke mit dazu. Kann auch gerne Ingwer sein oder sonstiges. Dann hat dein Teig auch ein ganz, ganz tolles Aroma. Seht ihr, euer Teig sieht ja nicht mehr so langweilig aus. Hat auch zu dir mal ein ganz tolles Aroma. Und ihr müsst natürlich, wenn ihr jetzt Möhren zum Beispiel drin habt, den Teig noch etwas auflockern. Weil die Feuchtigkeit der Möhren verklebt ganz gerne den Teig. Weiter geht es im Originalrezept. Jetzt kommen wir noch 400 Gramm Weizenmehl dazu. Dann anderthalb Teelöffel Salz. 220 Gramm Wasser. 40 Gramm Öl. Und einen Würfel Hefe. Den zerbröselt ihr. Das heißt, ihr öffnet die Packung und zerbröselt das Ganze hier oben. Also nicht den ganzen Würfel reinschmeißen, sondern zerbröselt es etwas. Damit die Hefe auch genug Nahrung bekommt, könnt ihr jetzt entweder eine Prise Zucker dazugeben oder auch Rübenkraut. Ihr könnt Honig dazunehmen. Hauptsache ihr habt etwas Süßes, damit die Hefe etwas arbeiten kann. Weiter. Das heißt, der Deckel kommt wieder drauf. Wieder weiter. Und zum Starten diesen Wähler wieder drehen. Und der Thermix fängt direkt an. Und knetet im Intervallmodus. Das heißt also immer im Richtungswechsel, damit ihr auch den Teig, damit der Teig auch sehr viel Sauerstoff reinbekommt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch während des Pletens auch noch selbstgemachtes Brotgewürz oder auch Körner dazugeben. Selbstgemachtes Brotgewürz ist im Prinzip ganz einfach. Ihr nehmt getrocknete Brotrinde oder lasst die trocknen. Und dann mixt ihr das Ganze mit zum Beispiel Kümmel, Fenchel, Anis oder Fenchelsamen. Und dann habt ihr euer eigenes Brotgewürz. Was auch gehen würde, wäre, wenn ihr einfach ein Päckchen Bauchwetee öffnet und zerschreddet das dann zusammen mit euren Brotkrumen. Der Teig ist nun fertig und dann stülpt ihr das Ganze auf den Kopf, wackelt einmal hier oben auf mit der Schraube. Es gibt auch ein Messer, eine Messerdrehhilfe gibt es auch noch mit dazu, wenn ihr das möchtet. So, jetzt ist der Teig sehr freundlich zum Rausnehmen. Sollte der Teig mal nicht zu freundlich sein zum Raushämen, dann setzt ihr das Ganze nochmal auf den Mixtopf hier drauf. Schließt das Ganze. Also ihr könnt aus diesem Teig hier, könnt ihr zwölf Brötchen machen, drei Baguettes oder auch zwei Pizzablöche. Weiter das Ganze dann backen und dann abgekühlt servieren. So, jetzt waren wir noch bei den Resten. Und zwar beenden, geht ihr jetzt hier unten hin, auf die Geschwindigkeit, dreht einmal kurz hoch. Nur mal so ganz kurz. Dann öffnet sich auch jetzt hier vorne euer Deckel wieder. Und ihr habt quasi noch ein paar Reste, die ihr entnehmen könnt. Aber bitte den Spatel immer nur im Uhrzeigersinn drehen, damit ihr nicht an die scharfe Seite des Messers kommt. Die lange Seite des Schabers ist dafür da, für außen, für den Rand zu kehren. Die kurze Seite ist dafür da, für zwischen das Messer zu gehen und quasi hier den Innenraum des Messers auch sauber zu machen. Was jetzt wichtig ist, jetzt hier, der hat noch nicht so die tolle Spannung, die wir jetzt brauchen. Das heißt, ihr knetet den ganzen Teig. Wer das jetzt nicht mit den Händen machen möchte, nimmt die Backmatte dazu. So, ihr könnt es aber auch, seht ihr, da bleibt auch nichts mehr dran kleben. Der hat so eine tolle Spannung, der Teig. Seht ihr das jetzt hier? Wenn ich den jetzt hier so reiße. Der ist wunderbar. Hier seht ihr auch hier und da vielleicht noch ein kleines Möhrenstückchen. Wer natürlich so ein richtiges Frühlingsbrot haben möchte, der zerkleinert die Möhrenstückchen halt nicht so ganz. Ich lasse es jetzt immer noch so ein bisschen hier im Teig, hier in der Backmatte eingerollt liegen. Wachte ein wenig und lasse dem etwas mehr Zeit. So, jetzt gehen wir wieder hier weiter. Nicht den Topf spülen. So, als erstes gebt ihr jetzt zum Beispiel noch eine ganze Handvoll Grünzeug, Knoblauch, getrocknete Tomaten oder was ihr sonst noch an so Leckereien findet. Hier rein. Also das ist jetzt eine gute Mischung. Jetzt Knoblauch, getrocknete Tomaten und Grünzeug. Setzt den Deckel auf, drauf und geht jetzt hier auf die Geschwindigkeit komplett hoch auf 10. So, jetzt findet ihr natürlich nichts mehr von euren Kräutern wieder oder ganz wenig nur. Das schiebt ihr auf jeden Fall komplett mal nach unten. Auch hier, ihr könnt den seitlichen Ansatz ansetzen, dreht in der Hand den Spatel. Dann kommen ganz viele Käse Stücke dazu. Das kann Ruschgauder sein, Emmentaler, was ihr ganz gerne mögt. Setzt das Ganze nochmal drauf. Jetzt schiebt ihr euer Display einmal nach da. Hier findet ihr die ganzen Hilfslinien. Das heißt, also hier werden auch mit der Zeit auch noch mehr erscheinen. Da geht ihr dann, zum Beispiel, das ist jetzt die Waage, Teig kneten, Turbo vorspülen, pürieren, Eier kochen, Wasser erhitzen, erwärmen, andicken, Reis kochen. Das sind alles die ganz tollen Sachen, die euer Thermix zusätzlich noch als Hilfslinie für euch hat. So, ihr geht jetzt dann auf Turbo. Der Deckel schließt sich automatisch. Dann wird gefragt, möchtest du das eine Sekunde haben? Oder wenn nicht, wenn du das mehr haben möchtest, dann geht ihr mit dem Wähler und wählt zum Beispiel zwei Sekunden. Dann den Wirbel andrücken, weil ihr starten möchtet. Dann sagt der Thermomixer euch als Antwort, zum Starten bitte den Wähler drehen. Das ist der Wähler. Einmal so kurz an. Und je nachdem, man hört das auch, ob der Käse jetzt zerkleinert genug ist oder nicht, da könnt ihr es halt nochmal machen. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt zum Beispiel eine Sekunde wählen. Ich zeige euch mal, wie eine Sekunde sich anhört. Oder, was der auch jetzt ganz neu kann, er kann sogar nur eine halbe Sekunde. Das ist wie so eine kleine Schnappatmung. Zack, hört ihr? Und das ist dafür da, wenn der Käse einfach nur einen ganz kleinen Hauch noch braucht. Zum Öffnen des Topfes geht ihr immer wieder auf dieses Häuschen. Seht ihr? Das ist der Wahnsinn. Ihr habt eigenen Reibekäse. Das heißt also, da sind die Aromen drin, die ihr gerne hättet. Und Reibekäse mit Knoblauch oder jetzt getrockneten Tomaten mit Basilikum, Schnittlauch oder so. Das könnt ihr einfach nicht kaufen. Das ist ein fix und fertig aromatischer Käse für eure Pizzen oder für irgendwas Überwackenes. Das füllt ihr jetzt um. Nun kommen eure Zwiebeln dazu. Ich habe ungefähr, wir können ja mal gerade gucken, wie viele ich habe, indem ihr auf die Waage geht. Ungefähr 172 Gramm. Das ist immer, je nachdem, wie viele ihr haben möchtet. Deckel drauf. So, dann geht ihr hier unten auf die Stufe 5. Das waren jetzt zwei Sekunden. Wir schauen uns erst mal an, wie das aussieht. Reicht in den meisten Fällen auch aus. Jetzt möchtet ihr anbraten. Dazu habe ich das auf die Kochkollektion runtergeladen. Die ist natürlich ganz unten. Ich habe ganz viele Kochbücher runtergeladen. Das ist das Kochbuch Zwiebeln und Co. Es gibt das gleiche auch noch für Fleisch und für Obst und Gemüse. Eine Anbrat-App bzw. eine Anbrat-Kollektion müsst ihr euch dafür runterladen. Aus dem ganz einfachen Grund. Sonst würde es Leute geben, die würden den Spritzschutz nicht aufsetzen und würden sich dann verbrennen, weil sie dann drüber gucken. So, dann nehmt ihr jetzt zum Beispiel hier Zwiebeln anbraten. Ihr könnt auch dann Zwiebel karamellisieren. Zwiebel leicht anbraten oder Knoblauch leicht anbraten und so weiter. Ich entscheide mich jetzt mal für Zwiebeln anbraten. 200 Gramm. Kochvorgang starten. Als erstes kommt Öl dazu. Weiter. Dann die Zwiebeln. Zwiebeln habe ich ja jetzt schon drin. Und jetzt gebe ich die Speckwürfel noch mit dazu. So. Weiter. Spritzschutz aufsetzen. Ihr drückt dann hier auf Fertig, indem ihr bestätigt, dass ihr diesen Spritzschutz hier oben aufgesetzt habt. Oben kommt er drauf. Dann braucht ihr hier unten, braucht ihr dann nur noch auf Weiter zu gehen. Weil ihr seht jetzt hier unten, ich gebe nochmal gerade runter. Ihr seht jetzt hier, dass die Zeit angegeben ist mit Maximaltemperatur bei 160 Grad. Das wäre die. Und den Wähler einfach drehen. Dann passiert erstmal gar nichts. Das heißt, er dreht. Er checkt auch ein bisschen ab, ob ihr euch auch ans Rezept gehalten habt von der Menge her. Das mit der Zeit, das ist auch auf dem Herd genauso. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Zwiebeln auf dem Herd anbratet, dauert das auch manchmal etwas länger, je nachdem wie feucht die Zwiebeln sind. So, bereits noch keine 30 Sekunden sind vergangen. Dann hört ihr auch schon dieses Anbratgeräusch. Hört es zischen. Er dreht auch ein klein wenig, damit die Zwiebeln auch Zeit haben, auch braun zu werden. Das heißt, es wird nur ganz wenig gedreht. Ihr werdet auch gleich hier sehen, also das ist jetzt verschlossen, Ihr werdet auch hier gleich sehen, dass Dampf austritt. Ihr müsst ja die ganze Feuchtigkeit aus den Zwiebeln rauskriegen. Erst dann kann durch Hilfe des Öls dieses Anbraten ja auch erfolgen. Das ist genau wie auf dem Herd auch. Da qualmen wir so und qualmen wir so. Irgendwann ist der Zeitpunkt, da hört es auf zu qualmen. Und dann fängt erst der Anrostprozess an. Das dauert jetzt ein paar Minuten. Ich werde es auch nicht die ganze Zeit durchlaufen lassen, sondern gegebenenfalls etwas früher aufhören. So, in der Zeit können wir uns nämlich jetzt hier um den Teig kümmern. Ihr seht, wie schön dick der schon aufgegangen ist. So, in der Zeit, wo eure Zwiebeln anbraten, könnt ihr den Teig bequem jetzt aushollen. Ich hätte eigentlich noch 10 Minuten Zeit, aber mein Teig ist schon fertig. Deswegen könnt ihr das Ganze auch vorzeitig beenden. Es quärnt noch, das heißt also wirklich, da ist noch nicht alle Feuchtigkeit von raus. Ihr seht, was das jetzt schon schön anrutscht. So, und wenn ihr jetzt hier das Ganze etwas weggebt, seht ihr, dass das unten auch angebrannt ist. Und das ist richtig so, denn ihr wollt ja auch die braune Soße, beziehungsweise das angebräunte, wollt ihr ja auch haben. Deswegen rödet ihr das Ganze ein bisschen auf, was ihr auch machen dürftet. Ihr dürftet zum Beispiel auch mit einem Edelsteinmesser oder so das braune jetzt ein bisschen hier auflösen, damit ihr das dann auch noch habt. Jetzt seht ihr, das ist das meiste schon weg. Es riecht auf jeden Fall viel besser, wenn es angebraten ist. Deckel drauf. Jetzt kommt ein Becher Schmand. Und zwar klappt ihr das oben drauf, schneidet das mit dem Messer ein und euer Schmand flutscht komplett hier rein. Das Rezept brecht ihr jetzt ab, weil das brauchen wir jetzt nicht mehr, indem wir auf die drei Punkte Rezept abbrechen. Dann fragt ihr nochmal nach, möchtest du wirklich das Rezept abbrechen? Ja, möchte ich. Dann geht ihr auf die Geschwindigkeit. So ungefähr auf Stufe 2. Kurz mal zweieinhalb. Aber wirklich nur ganz, ganz kurz, weil sonst wird es zu flüssig. So, jetzt habt ihr die Masse verrührt. Und das Ganze kommt jetzt auf euren Zwiebelkuchen. Kommt hier drauf. Hier sind noch Reste drin. Das heißt, ihr gebt das nochmal drauf. Deckel zu. Und geht hier wieder auf die Geschwindigkeit. Ganz kurz mal auf Stufe 10. Wirklich nur ganz kurz. Dann öffnet sich das Ganze wieder. Moment. So. Und dann habt ihr das Messer dann frei und könnt mit dem Spatel die restliche Masse entnehmen. So, jetzt kommt das Allerbeste. Euren Reibekäse von eben. Könnt ihr euch noch dran erinnern? So, den streut ihr jetzt ganz schön großzügig oder weniger großzügig hier drüber. Und das Ganze kommt dann wirklich in den Backofen auf ein Gitter. Auf das unterste Rost von eurem Gitter. Oberunterhitze bei 220 Grad eine halbe Stunde. Und dann ist das Ganze fertig. Musik 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 Musik